Hallo, ich bin Miro. Mein Künstlername ist Zero. Ich bin 35 Jahre alt und lebe in Düsseldorf. Ich unterrichte Voguing und Heelskurse am Tanzhaus NRW und performe als Tänzer in dem Musical-Cabaret am Düsseldorfer Schauspielhaus, mittlerweile in der dritten Spielzeit, und betreibe so auf der Bühne und hinter der Bühne quasi mein Leben als freischaffender Künstler. Über meinen Background, ich stamme aus der urbanen Tanzkultur. Das heißt, ich bin es schon immer gewohnt zu improvisieren, aber auch an Battles teilzunehmen und anzutreten. Das heißt, auch gegen einen Gegner zu tanzen und eine Jury zu überzeugen. Habe dann in meiner Laufbahn die Ballroom-Kultur entdeckt, die auch basierend auf Battle-Culture ist, und habe dann aber auch irgendwann die zeitgenössische Welt und das Tanztheater entdeckt, wo ich dann auch meine dreijährige Tanzausbildung gemacht habe in Berlin auf der Balance One. Und somit würde ich sagen über meinen Background, dass ich bezüglich auf das Tänzerische und auf die Improvisation, dass ich es gewohnt bin, immer zu liefern, dadurch, dass es quasi gang und gäbe ist in der Hip-Hop-Kultur, in der urbanen Tanzkultur, in der Ballroom-Kultur, dass man, da ist quasi alles basierend auf Freestyle. Und so, ja, ich bin kind of used to delivering, wenn es über die Improvisation geht.